Wir sind in den ersten 6.02.2022. Ich gehe jetzt gleich von vorne. Weil der Backstelze in der Nähe ist. Aber ich sehe sie nicht. Das sollte man wahrscheinlich sehen. Das ist ein Junge. Die Backstelze ist irgendwo in den Ökkel. Die Backstelze ist in der Nähe. Jetzt ist die Backstel weg. Mal schauen, ob es dahinter sichtbar ist. Wir hören sie, aber ich habe sie vorher ein paar Mal gehört. Jetzt hört man sie wieder. Aber ich sehe sie nicht. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt.